So, herzlich willkommen zur nächsten Folge Ferro 3, zusammen mit dem lieben Supercrafter. Guten Tag, Zykko-Trakos, nice. Paul ist auch dabei, aber ist wieder gemutet. Codierung schon überlastet, aber ich glaube es geht. Wisst ihr die Codes? Ja. Und soll ich es hier nochmal callen? Minus 920, minus 660, oder? Minus 990, naja, ist richtig. So, also Plan. Wir versuchen Paul aus seinem Snipe rauszuholen und gleichzeitig noch ein bisschen zu drücken. Falls ich überhaupt gesnipet werde. Ja, also wir wollen schauen, ob er gesnipet wird und wenn. Finde ich echt gut weg, ne? Ja, dann ja und wenn nein, dann nein. Falls du auch nichts richtig weg. Ja, aber was ich machen werde, ist, dass ich mich hochbaue, dahintrappeln werde und da erst dann wieder runtergehe. Gibt's nen Backpack? Ne. 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 So, nochmal kurz die Koordinaten. Ah, ich hab sie schon. Minus 920, minus 620. 660 hast du mir geschrieben. Er meint ja auch, sorry. Okay. Glauben die Bank ist hoch? Äh, ja, so wenn er in der Zeit auf 10 ist oder so. Okay. Ist irgendwer grad drauf? Ne, nur wir beide auch. So, hier geht's lang. So, hier geht's lang. Boah. Boah. War klasse. Ich glaube das würde das Ganze nochmal. Ja. Ähm. Ganz schön, äh, das würde uns morgen jetzt wirklich in, äh, Angst setzen. Ja. Ich sag' ich dir. Wem will das in Angst setzen? Uns. Ich will uns morgen echt in Angst versetzen, wenn der, wenn du gleich ein Holz eingebaut bist. Wir werden's gleich sehen. Aber Supercraft, der denkt dran, wir müssen auch noch einschen, also. Ja. Kommt, Titek. Ja, ich brauche, ja. Kommt. Wie jetzt eh, ich würde sagen. Wir müssen auch noch gut trappeln. Ja. Oh, bitte lasst einfach keinen sein. Ne, ist nicht. Mein Chef, aber der ist jetzt eigentlich relativ scheiße. Vielleicht sogar der, wo wir waren, oder? Also, ich will jetzt nichts sagen, aber... Hier ist nix. Ehrlich? Ja, hier ist grad nix. Hier stehst du und hier ist nix. Also, ich habe jetzt, guck mal, Paul. Ähm. Dann... Er macht Bild, Dion. Ja, der kann ich nicht. Also, direkt über dir. Insinn über dir ist n Gang nach oben. Ja. Musst halt einfach so blöcke Spam und dann dich irgendwie zubauen und dann weg. Okay. Also, dann... Aber, Jungs, ihr bleibt da, oder? Ja. Nö. Also, ihr bleibt in meiner Nähe, oder? In der Nähe vielleicht, oder? Ich brauche mich jetzt schon wieder hoch. Wie? Also, ich habe jetzt diesen Gang gebaut. Mhm. Du, das ist n 1x1, also n 1x1, also n 1x1 schafft nach oben. Da kannst du einfach nach oben escaten und dann pölen, oder? Ja. Und ich fahre mit Äpfel, glaube ich, so lange bist du Girlcraft dabei. Bist du bei den Cods? Also, bist du noch bei den Cods? Ja. Okay, gut. Äh... Dann geht einmal 1x1, nach oben. Also, ganz nach oben. Man muss nämlich auch mein Weg noch ein bisschen was zu essen, weil ich habe noch nie gesehen. Dann muss ich einfach mal drücken. Ja. Dann muss ich einfach mal drücken. Bist du einfach mal drücken? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Ja. Bist du? Ja, ja. Oder? Ich weiß nicht, weil also um 17 Uhr sind ja alle online so. Also wir müssen gucken, wenn ich da bin. Weil ich bin meistens auch nach 17 Uhr zu Hause. Heute war ich zum Beispiel um 17 Uhr oder 16 Uhr da oder? Ich wollte mir eine Axt machen und hab mir noch eine Picke gecraftet. Ah, stark. Vielen Dank. Ich bin mit hochgestackt, auch interessant. Wo? Ja, da bin ich, wo ich weiß, weil da hat sich jemand mit Spruise hochgestackt. Oh, oh. Wahrscheinlich so gezielt oder so. Achso, das könnte Tom gewesen sein. Er hat nämlich, wir haben uns ja gewundert, warum... Ich weiß nicht, war das noch in der Folge? Ne, das war nicht in der Folge. Auf jeden Fall nach der Folge haben wir gesehen, dass Z-Yixe oder so an Fallschaden gestorben ist und dann wurde mir die Story erzählt, weil er keinen Kill bekommen hatte, dass ich irgendwie... da irgendwie so wütend oder wie auch immer. In die Richtung war es. Ja, dass ich mich besser selbst kill, das verstehe ich auch nicht. Oh, also Tom hat ja schon die ein oder anderen... Thomas ist das halt... Die müde ist so, dass er schon die ein oder andere Sachen gebracht hat. Also... Mich hat halt sich so sehr gewundert. Muss ich tatsächlich sagen. So, wie sieht's aus? Wie weit brauchst du noch? Äh, nicht mehr weit. Ich brauchst eigentlich gleich. Ja. Ja. Okay, es ist auch 22 Uhr, wir sind also safe. Ey, das ist 22 Uhr und wir sind auch noch recht. Genau, wir hatten die Angst, dass das heute einfach schließt. Aber... So, wir sind auch da. Moin. Ja, hallo. Ich guck gerade türkisch für Anfänger. Ach, du guckst weiter ohne uns? Ja. Was ist gerade passiert? Ja. Ey, Doris hat Apfelsaft auf Leder gekippt. Auf Leder gekippt. Oder Orakschensaft. Ich seh dich. Mach nur, du hast ein Zombie. Ah, wir Zombie. Hab eh mich erschrocken. So. Dann kannst du mir mal deine Spare dir ausgeben, dann kann ich mir auch... Ich hab alles im Krieg. Ich hab Bücher, dir... Bisschen Holz... Kümmer dich um... Ding vielleicht. Entschoss geworden. Und dann... Oh, hier ist ein Apfel. Ja, genau. Äh... 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 Und dann, ja... Leg ich hier das rein. Und hier auch ein Steak. Ja. Mit richtig viel Gold. Haha. Also wirklich scheiße viel. Hahaha. Also scheiße. Die Angst. Und ich machst du dir einen Diastron? Ja. Das geht nicht genau aus. Boah... Das ist so clean. Das sah so clean in seiner B.U. aus. Haha. Zehn Duckschnitts. Ja. Das geht nicht genau mit dem Stack. Fakt so aus. Er pranks. Äh... Ja, wo soll ich das nötig? Ich stelle das einfach hier hin. Stellt aber auf. Ich hab zwei Engels zur Verfügung. Zwei? Warum sind zwei? Nein. Weil ich nicht so viele, äh... Level hab wie du. Achso. 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 Ich dachte du hast dann schon in Tables. Ne. Hm. Vielleicht krieg ich ja noch die 26 Level zusammen, aber... Ich hätte dafür in der Nacht ein paar mehr Mobs killen müssen. So, kannst du mal den Endstar bei den Büchern platzieren, dann kann ich schon mal gucken, was ich draufbekomme. Und... Ja, warte, dann geb ich dir aber meine Axt kurz, du kannst... Ah ne, warte, du machst ja eh. Vergiss das, sorry. So, ähm... Da. Ähm... Looting 2. Ich krieg nur die Zweier-Sachen. Looting 2! Ponds... 2... 1. Unbreaking 3. Guck mal lieber auf Pop 3. Unbreaking 3. Ich krieg nur schon mal. Also jetzt guck dich mal auf den Book-Kommandic. Trader-Poling 4. Ich geb mir mal ein Buch bitte. Äh, ich geb mir die Rechnung von den Bogen hier. Bo... Flame? Ist Flame verboten? Flame! Ja, ja, ist verboten. Fuck! Ich krieg Protz. Warte, 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 warte. Ich krieg Silk-Touch auf dem Buch. Ich guck noch mal Regeln. Ja, guck nach, genau. Soll ich Silk-Touch machen auf dem Buch? Äh... Mach, ja. Ja, mach, dann müssen wir ja nicht da Vollfrusten. Okay, dann schau ich jetzt mal. Ich krieg Sharp 3. Ist erlaubt, ist erlaubt. Ist erlaubt? Ja. Warte. Hier steht Punch... Infinity Fire Aspect. Ja, verboten. Das ist verboten. Ja. Das ist, was verboten ist. Ja, perfekt. Geil. Was ist erlaubt? Flame ist erlaubt. So heftig. Ja, perfekt. Dann hab ich Flame auch. Was soll ich jetzt machen? Sharp 3? Power 3! Digga, ist das geil! Geil! Jungs, was soll ich machen? Jungs, soll ich Sharpness oder Trott 3 machen? Boah. Sharpness 3 werde ich hier auch 4 bekommen. Dominik... Keine Ahnung. Sag mal! Paul, sag mal! Mach mal Sharp. Kona, machst du Sharp und Dominik mal Prott. Okay. Prott 3. Dominik, mach auf Chess, ne? Prott 3. Ja, Chess. Und was hast du noch bekommen? Vercamp hat? Ja, Prott 3. Ich krieg Prott 3 auf los. Mites 3, nein danke. Okay. Firepod 2. Unbreaking 3. Und Firepod 2. Unbreaking 3. Ja, also es sieht ein bisschen aus. Ja, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ja, aber ich bekomme ich hier nochmal auf dem Bogen. Unbreaking, ja, ne. Jungs, was ist überhaupt euer Plan? Ja, wer... Ich geb dir mal das Rückzeitbuch, Dominik. Du bist der End... Äh, ja, ich hab leider kein Endbild. Also kann ich das hier übrigens auch haben. Ja, ich auch nicht. Haben wir Eisen? Äh, ich hab insgesamt 19 Eisen, aber 9 davon muss ich noch warten. Hm, okay, also dann haben wir nicht Glück für den Endbild. Paul, ich hoffe, bei dir sieht das anders aus. Darf Paul denn joinen? Nee, ne? Achso, und ihr Endstilz und, äh, befreitet dann morgen, wenn er gesnackt wird. Ja, wir haben ja, also wir haben ja quasi, wir greifen diesen Untergang nach oben. Wir haben ja auch abgecheckt, ob irgendwas ist und äh, also... Ich mein, man würde ihn, glaub ich, schon so ein bisschen einbauen. Aber war nichts? Nee, überhaupt nicht. Prot 2, Mann. Ich hab zwei... Eh, ich hab mir ja nichts vieles. Fortune? Ja, Fortune 1 ist nicht so gut. Haben wir den Teil? Nee. Ich hätte eigentlich einen Prot. Du kannst eigentlich auf Pro... Ja, mach Pro 3 direkt. Ja, ja, warte, ich will hier gucken, ob ich... Erstmal gucken. Hier... Okay, schade. Ich hätte auf Deathstrider gehofft, aber dann halt nicht. Nein, natürlich nicht. Oh, dann bleibt nichts sogar. Ah, geil! Okay, sie sind gleich. Ja, also... Die Doppler ist jetzt auch Pro 3. Guck mal, warte, guck mal, was du noch zurückkommst. Der Schmärter knallt's bei oben. Ja. Und hier würde ich Pro 3 brauchen. Vielleicht krieg ich noch ein... Vielleicht krieg ich noch ein Ding zusammen. Power 3. Nee, nee, ich würd, glaub ich, lieber Pro 3 armor machen. Ja, ja, ja. Wute mal die Öfen. Ja. Nee, 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 ich, 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 ich brauch's noch. Ich hab, ich hab noch One Piece 4 3. Ich hab extra nochmal Gold reingetankt. Ja, da hinten ist ne Kuh. Ich kill die ganz kurz. Ja, das brauchen wir sowieso. Und wenn... Also ich sag's euch. Dabei bin ich... Die Folge ist schon ja um, es ist... Oh, jetzt ist mein Auge lang. Immer, und vor allem... Immer, wenn ich mir die Folge einmal ganz anschaue. Ich bin so gelangweilig. Ich denk mir, es ist ne Stunde oder so. Und jetzt... Oh, das ist... Ich, ich, äh... Ich erwähne's immer wieder. Aber trotzdem... Geh ja noch zwei Minuten, Jungs. Das ist, das ist krass, ja. Und das kriegst du noch hin, eben. Auf drei Helden. Ja, ich hoffe aber jetzt... Und da jetzt irgendwie noch Respiration, glaube. Der killt uns. Das squidt einfach. Das squids bringen fast gar nichts. Wenn überhaupt. Äh, da oben sind wir uns, ja. Oh, schafft er es? Immer noch zwei Minuten. Ja. Also ich muss sagen, dass wir uns jetzt nicht so... Supercraftler, du hast keine Gäste. Ich hab keine Gäste, ne? Ja, dann kriegt jeder davon inzwischen nicht zwei oder drei. Also ich, ich hab einen Apfel in dem Tag, oder? Oh ja. Haben wir weiter schon mal vier, glaube ich gleich. Wenn ich noch einen Apfel bekommen würde. So, jetzt schnell zurück. Ja. Für den Brot-3-Helm. So, ich... Wenn ich nochmal in die Öfen schaue, vielleicht? Ja, das ist Dominiker. Dreiviertel P3. Hab der richtig krass ist doch. Okay. Ja, ist auch nicht schlecht. Ich hab die Öfen unten nicht gesehen. Guck mal, Schwerchen. Noch mal. Und Sharp-3. Ich sag's. Ich würde, glaub ich, lieber Sharp-3 machen. Ja. Ich würd auch Sharp-3. Und... Ich krieg auch Flame. Ich krieg auch Flame. Ja gut, mach das. Mach das. Mach das. Mann, jetzt hab ich Prod-3 nicht. Ist egal. Egal. Wir können mit so einem Bögen richtig auf den Sack gehen. Muss mir auch noch irgendwie Flame da dran holen. Wir müssen unbedingt unerkannt. Wir müssen unbedingt unerkannte Nether kommen, weil... So wird's nicht. Wir können ja morgen ganz theoretisch gehen. Oder? Ja. Ja doch, morgen sind wir doch schon drauf. Sollen wir das alles abhauen, oder? Ja, mach gut. Ja, ja. Ich hab halt leider noch keinen Silk-Touch auf irgendwas drauf. Ist egal, ist egal. Mach das erst mal so. Okay, ja. Dann können wir ja morgen einfach noch Holz fahren und dann Nether gehen. Ja, ich will noch genug Holz. Ja. Dann machen wir noch ein bisschen was für Dinge. Für, äh, Gaps eigen. Sollen wir übermorgen erst Nether gehen? Weil ich... Ich hab Zweiter. Am Zweiter kann ich nicht. Am Zweiter komm ich gar nicht. Ja. Da hab ich keine Zweis. Nein. Geht doch nicht. Doch. Aber du farmst ja einfach alleine Äpfel. Du hast ja jetzt die zwei Folgen. Die viele Gaps hast du... Ich weiß aber nicht, ob ich zwei spielen kann. Warte mal, wie viele Gaps hast du? Sieben. Sieben? Hä? Ja. Gib mal... Gib mir mal drei. Okay, gut. Nein. Ich weiß nicht, ob ich meine Folge halt... Ob ich jetzt... Warum sollte ich denn jetzt zwei Folgen machen lassen? Weil du jetzt eine Aufnahmesperre hattest? Aber du darfst ja die trotzdem nachholen, oder? Ich weiß es ja eben nicht. Ich denke schon. Ja, man darf drei Folgen im Voraus sein, also... Schätze ich mal schon, ja. Ich denke schon, dass du nachholen darfst. Das war's, Jungs. Boah! Das war... Ne geile Folge. Jungs, ich muss schon irgendwas sagen noch. So! Achso, was wir in einer weiteren saftigen Folge im Video. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Dislike da. Und falls es euch nicht gefallen hat, lasst auch ein Dislike da. Und tschüss!